Hallo und herzlich willkommen zurück zu Perception. Wir sind... Keine Ahnung. Aber die ist doch unten, oder? Wie geht's denn hier runter? Sieht gut aus. Ich glaube. Ah. Okay, gehen wir mal da durch. Hä? Oh, ne. Hör auf! Ich geh bloß diesem Teppich aus dem Weg, ey. Oh, Gott! Kannst du nicht springen? Ach, hier geht es nochmal runter. Okay, sorry. Ich war nicht so ganz deutlich. Abspielen? Nein. Ich bin auch mega angespannt hier. Oh, toll. Das hätte ich mir verschenken können, den ganzen Weg. What? Ah! Wo ist das denn da? Aha. Hä? Wo muss ich denn hin? Geht's zu? Das ist ja herzallerliebst. Ich bin. Delphi. Geht's zu. 1. Some kind of woman. Somehow connected to the tree. 2. Other people. Seemingly unrelated. A 1940s housewife. Could this be Betty? Some man with a mustache? 3 4 5 Misaligned chakras Was Was she having visions too Oh Oh I'm Fine Sandi is fine Willst du zurückkommen und schlafen mit uns, Richard? Daddy. Ja, Sandy. Boah, Alter. Ja. Ich bin noch... Ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. Ich tue es mir wieder. Ja, äh, ich bin ein bisschen verwirrt hier, ehrlich gesagt. Weil ich noch nicht so ganz weiß. Okay, jetzt bin ich hier wieder im Badezimmer. Was mir das alles sagen soll? Boah, bis du hier die Wege gefunden hast. Ach, jetzt kann ich damit gar nichts mehr anfangen. Okay. Ja, die geht nicht auf. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll. Ah. Hier waren wir doch schon, oder? Ah, ja, ist ja gut. Chill. Achso, ja, das ist ja dieser Zockerraum wieder. Zur Hölle, Leute, ey, ich hab keinen Plan. Whatever, oder muss ich hoch? Hier komme ich nicht weiter. Nichts aktivieren, bitte. Nichts abspielen. Hier war doch auch irgendwo eine Tür, ne? Hä? Ich weiß es schon, wie ich dasmachine spre mache. Da habe ich versucht, das schon, wie ich die Übliche Linienstein warsther. Ich weiß es nicht mehr. Äh, ich weiß es nicht mehr wirklich. Ich weiß nicht mehr. Oh, was denn? Oh, pssst. Ach, da ist eine Tür. Achso, nee, warte mal. Ehrlich, ich kann nichts für die Irrwege. Diesmal nicht. Ich gerate immer wieder hier hin. Ich weiß nicht, wie ich da hinkommen soll, ehrlich nicht. Das ist gar nicht so einfach, einen Blindenprotagonisten zu spielen. Boah, krass, ey. Ich sagte, glaube ich, auch schon im ersten Part. Ich weiß nicht mehr, wann ich das sagte. Dass ich solche Menschen ja bewundere. Ich habe früher immer, wenn ich zur Arbeit gefahren bin... Ich bin schon wieder an der selben Stelle. Ja, es tut mir echt leid. Ich weiß nicht, wie ich hier rauskomme. Aber da ist ein Trepper. Ah, okay. Äh. Was wollte ich sagen? Wenn ich zur Arbeit gefahren bin? Ja, nicht gegen die Wand schlafen, bitte. Äh, stand auch immer... Also, ich musste halt mit der Bahn fahren. Und da stand auch immer ein blinder Mann. Und, äh, an der Haltestelle fahren halt zwei Bahnen, ne? Einmal die zwei und einmal die zehn. Das riecht euch jetzt nicht viel weiter, aber nur zur Erklärung. Holy shit, wo muss ich denn hin? Und er musste in dieselbe wie ich? Und witzigerweise wusste er genau, in welche Bahn er steigen musste. Das fand ich interessant. Aber woher wusste er das? Vor allem kann sich eine Bahn ja auch mal verspäten. Und das tut sie hier ziemlich häufig. Zur Hölle! Wohin? Bitte, fress mich! Jetzt gehe ich ja wieder runter. Ja, da hinten. Ich hätte gerne einen Schlüssel, bitte. Naja. Ich fand's auf jeden Fall erstaunlich. Da ist eine fucking Tür, ey. Ja, ja. Pssst. Die habe ich nicht gesehen. Eine Karte! Ja, dann lass es doch. Oh, ganz ehrlich, das hätte ich mir voll schenken können. Egal. Ja, das ist gut, gut. Es ist aus meiner Lieblung, die Prinzessin und der Frag. Meine Mutter sagte, sie immer mich bei alten Stinky Ponds und Wettlands Nein, das akzeptiere ich nicht. Okay, das war nicht richtig, Karte nehmen. Sorry, das geht nicht anders. Okay. Oh Gott, wo ist denn das Ding ganz? Ich bin ja froh, dass wenn sie sich bewegt, man auch noch ein bisschen was sehen kann. Da stehen nur Kartons. I don't know, wo soll ich hin? Bitte bitte in irgendein Badezimmer, ne? Stecken. Karte nehmen. Ach, oh nee. Ach, da ist nicht höher. Ich bin ja, das ist nicht höher. Ich bin ja, das ist nicht höher. Ich bin ja, das ist nicht höher. Oh endlich Ich hab nichts gemacht Das war sie Naja, dann Mich würde ja mal interessieren, was sie genau hatte Hat Ich weiß noch nicht so recht Ja, ich will da nicht durch Ja, ist ja gut Ich weiß nicht, hätte ich die Depressionen, war sie schizophren Zufrieden Whatever Was soll ich denn hier schon wieder Erkunden für das nächste Ziel Äh Ja Ist gut Ich hab ihn Ich hab ihn Ich hab ihn Ja, oder? Alter. Einmal ein Berührer. Ich habe keine Ahnung, was du hier spürst, erkunden für das nächste Ziel. Okay, immer noch dasselbe. Darf ich jetzt wieder lauter sein? Ich weiß nicht so genau. Oh. Was ist das? Was siehst du denn? Ich tippe irgendwie auf Schizophrenie. Ich weiß nicht so genau. Ich habe keine Ahnung. Nein! Das ist nicht dein Ernst! Ja. Telefon. Geh mal an. Hallo? Wo bist du? Hey, Serge. Was geht? Wo bist du? Okay. Okay. Ich bin in eine weird... Ich weiß nicht, ich glaube es war ein Nursery. Es gibt bubble wrap überall. Wait a sec. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Hello. Oh Gott. Nein, hast du nicht? Nein, hast du verstecken. What? What? Was? What the fuck? Wo? Stress! Ich weiß nicht, wohnt man? Oh Mann! Die Tür geht nicht auf. Wie viel Zeit habe ich denn? Geht auch nicht auf. Keine Ahnung, hier. Ich bin vor allem gespannt. Alter, was ist denn das? Was? Wo? Oh, hör auf. Hier ist doch nichts. Und ein bisschen. Wie geht der, Mann? So. Was ist das? Oh. Oh. Was ist das? Hä? Bin ich immer noch nicht durch mit dem Scheiß? Oh. Oh. Und wie bitte? Er konnte mir was nicht erzählen. Oh. 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 Ich bin verwirrt. Was zur Hölle soll ich denn hier machen? Ja, für den Ort zum Verstecken ist mir schon klar. Aber... Ah! Dein Ernst? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Whoever you are. I'm not afraid of you. Can you hear me? Yeah. You can't stare me. You can't stare me. Wie schön, dass der eben stand. Die Präsenz. Okay. Kann ich jetzt hier raus? Ich f... Oh. Ja. Sache. Dass wir diesen sechsten sind, finde ich richtig cool. Oh Gott. Oh Gott. Was? Das Baby ist kalt? Ist das Baby tot? Oh. Oh Gott. Oh Gott. Wie? Scheiße, ey. Nur schnell machen. Bisschen putzig. Okay, ich glaube hier rein. Oh, hör auf. Keine Zeit. Oh Gott, ey. Was ist das in der Ernst? Oh Gott, wir sind eigentlich du. In der Fresse. Es klingt, wie du eine Hand hast. Ich habe ein Literal Feuer, um zu erzeugen. Wait a minute. Ich habe dich zurück. Ich will dich zurück. Ich kann nicht mehr so machen. Oh, diese Anspannung in diesem Spiel, ey, Wahnsinn. Okay. Okay. Oh. Oh, okay. Was war denn das jetzt? Okay, nach oben. Ich sehe gar nichts, ehrlich. In dieser Saison ist auch noch alles verbrannt, was die Sicht noch mehr erschwert. Ich sehe eine Patientin, die Begrüßung. Sie ist die Begrüßung für Bottle-Fedung und ist nur noch... Warte mal, was ist das? Ich, uh, muss ich hören, ich... Ich habe mehr sleep. Hi... Hallo? Was ist das? Wer ist da? Was ist da? Was ist da? Was ist da? Felicia? Nein, nein. Nein, nein. Das ist das, wie es endet ist. F***ing Haus! Es hat Felicia gemacht, ihre Familie zu leben. Warum er es tormen, diese poor Menschen zu verleten? Ich dachte, ich sollte es fixen. Was soll ich hier verleten? Was... Was mache ich hier denn? Ich verstehe nicht! Ich hätte... Ich hätte nicht hier sein können. This is all wrong. I gotta get out now. Okay. Offensichtlich sind die hier alle verbrannt, wenn ich das richtig verstehe. Okay, noch einen runter. Ich steig noch nicht so ganz durch, ehrlich gesagt. Also schon, ne, bis... Hä, wo bin ich denn jetzt gelandet? Oh, Gott. Was find ich denn hier? Oh, gut. Wir werden sehen. Jetzt noch nicht so ganz klar. Was ist das? Was ist das? Ist es schon ernst? Ja, jetzt? Oh. Was ist das? Was ist das? Ein Knochen? Was ist das? 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 Ich muss weitergehen, aber ich bin Angst. Ich bin Angst. Bitte, zeigen Sie sich. Ihre Frau. In Soverein. Felicia. Ist nicht dein Ernst. Ich hab doch grad den Weg nach draußen gefunden. Warum musst du denn jetzt so schnell wie möglich zurück? Nee, fuck. Ich muss nach oben, ne? Wieso war das? Seil, 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 Seil. Äh... Oh, wasser? Oh, wassla? Oh nein. Ich weiß nicht. Jetzt hat Felicia sich erhangen? Boah, da muss er nur eben verarbeiten. Was ist das? 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 Okay, immer noch dasselbe. Oh! Gut, wir sind im zweiten Kapitel und ich würde sagen, ich beende jetzt hier. Was auch immer genau passiert ist, ich vermute... Was ist das? 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 Nein, das ist nicht möglich. Hallo? Cass, du musst mich auf das, bitte. Hier geht es wieder. Neid. 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 Entschuldigung, Baby. Signal tut. Wir holen das später. Message send. Okay. Neid. 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 Okay. Eigentlich... Alter, was geht hier ab? Was wollte ich sagen? Ich vermute, dass irgendein Feuer ausgebrochen ist, dass Baby dabei gestorben ist und Felicia sich die Schuld daran gibt und ich habe echt Schiss vor dem zweiten Kapitel. und vielleicht ist sie sogar schuld daran, irgendwie, in irgendeiner Form ich weiß es nicht, keine Ahnung aber ich denke, wir werden das noch herausfinden ich danke euch jetzt erstmal fürs Zusehen und wenn ihr mögt, bis zum nächsten Mal Tschüss